Siehste, aber sie wird einen kriegen. Sie wird einen kriegen. Das ist jetzt noch ihrer und wo sie sagt, irgendwie ist das nicht mehr so, wie ich das gern hätte. Nicht nur sie, wir sagen das auch. Also das wird ihr nicht gerecht. Schau mal, tolle Frau, tolles halten, das ist Physik. Hat er recht. Hat er recht, das stimmt so, das stimmt einfach. Stimmt. Wenn hinten kein Stoff ist, kann vorne nichts halten. Da hat er recht. Ena Deluxe. Und für sie Deluxe sind die 10 Euro. Die sind grundsätzlich schon mal weggestrichen, 59,90 Euro. Und jetzt schauen Sie sich das an. Man sagt ja immer, wenn Bilder sprechen könnten, und bei uns ist das Tolle, bei uns können Bilder wirklich sprechen. Ja, und wenn wir sprechen, das sieht super aus. Ich schließe mich deiner Meinung an. Finde ich toll. Das ist toll, ja. Das ist komplementär, das ist toll. Komplementär. Ja, absolut. Perfekt. Perfekt. Super. Das ist richtig gut. Schick. Und vor allen Dingen, es ist so, und das ist für Sie immer wichtig, es geht um diese Stützzonen. Es geht um, ja, wir sagen immer, da ist eine Bauchkontrolle eingearbeitet. Definitiv, nicht nur Bauchkontrolle, sondern das ganze weiche Bindegewebe wird gehalten, wird gestützt, in Form gebracht sozusagen, und es wird dort gehalten. Auch wenn der nass wird, das heißt...